Ja, ich muss nur noch neun oder so. Ja, passt schon. Das würde ja... Oh, dieses Geräusch. Vielleicht hört das dann auch auf. Vielleicht ist das der Grund, warum das jetzt so klingt. Damit man aufhört, damit man es wegdrückt oder schnell macht, weil es einfach nervt. Ja, für zwei Elektronik hier, so auf einem Feld gestanden. Im Haus warst du noch nicht, ne? Nee. Mal latsche hier schnell durch. Nee. Bin gerade am überlegen, ob ich schon mal pinge. Hast du schon? Nee, hab ich noch nicht. Bin ja noch am überlegen. Jetzt hab ich okay. Da. Nicht laufen, nicht laufen, wenn du kommst. Na, ist okay. Auf eins oben. Mhm. Hinter dir. Könnt mir vorstellen, dass das nicht die bestbewaffnetsten sind, weil die nicht zurückgepinkt haben. Okay, eins ist aber auch noch ein Stückchen weit weg. Das ist gar nicht so nah, wie ich dachte. Stimmt. Geh mal über die Straße. Oben Richtung Hügel. Hm. Bist du link, linke Flamme? Ja, ja, ich bin unten. Ich kann auch noch mal pingen gerade. Ich ping mal noch. Ja. Äh, der nächste ist hier. Bei zwei. Wie geht das denn jetzt plötzlich? Ist ganz schwer, jetzt hier unten bei zwei. Weiß ich nicht, rausgelaufen? Dann ist, hä, aber so schnell noch. Wie kann der so schnell auslaufen? Rausgelaufen oder wieder buggy. Ist ja, äh, sehr komisch. Aber so viel Zeit hat, war doch jetzt dazwischen nicht. Aber egal, okay, dann können wir doch eigentlich jetzt nur zum Ziggy, oder? Ja. Wie gesagt, es könnte ja auch sein, dass der Ping wieder buggy ist. Ja. Na gut, ich bin hier oben. Ich hätte jetzt einen guten Blick auf deine Eins, sozusagen. Bleib mal hier liegen. Ja, also ich glaube, da wird keiner mehr sein, aber... Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube schon, dass, ähm, Pings funktionieren. Ich hoffe es jetzt einfach. Ich hoffe, dass kein anderer aufhört. Okay. Äh, zwei hier. Hier sind fünf oder sechs. Und hier sind zwei. Ja, dann... Da hin, genau. Habe ich jetzt meine Quest eigentlich geschafft. Jawohl. Ab nächster Runde bin ich nicht mehr so Ziggy... Äh, verrückt. Gut, oh, ich habe ein Foto gefunden. Weißt du, wo das ist? Ich muss gleich drauf gucken, aber ich würde sagen, wir lassen es mal schnell erstmal zum Tresor. Gelegenheit gerade nutzen. Gelegenheit gerade nutzen. Ich hätte natürlich die richtige Waffe, um mich hinzulegen und dann einmal 200 Schuss rein und alles tot. Oh, hier sind Gegner. Bei mir direkt neben dem Haus. Hast du sie gesehen oder hast du nur mich gehört? Nee, ich höre es. Nee, ich höre es. Ich höre es einfach. Schon irgendwo am Haus? Ja, ja, direkt am... Ich höre es ja. Ich höre die Schritte direkt in dem Haus. Ich hocke jetzt oben, oben, äh... Ja, ja, ich sehe dich. Ich bin auch am Haus. So. Ja, er kommt. Komm mal rein, dann kannst du ihn von hinten nehmen. Oh, es ist weit. Warte, warte, warte. Rettung ist nach. Rettung ist nach. Ach, scheiße. Scheiße. Rettung ist nicht nach. Rettung ist nicht nach. Hast du beide? Ach, Mann, das hätte es schneller gehen müssen. Ja. Egal. Sorry. Macht nix. Ich habe mich sogar noch hingelegt, da ich... Gerade im Nachladen. Ja, ich wollte nicht so viel Krach machen, das war das Problem. ja es wäre eigentlich egal gewesen wenn man hättest du sie im zweifelsfall abgelenkt hätte ich sie ja noch von beiden seiten ich hätte keine chance gehabt das weiß ich erst mal business besser immer noch leer und dann gehe ich raus ich habe ihn auch getroffen ist ja gar nichts gehe ich hier raus kannst du das sehen ja auf der map auf der map ja aber du kannst nicht die leute sehen das wäre ja das wäre ein sehr schräger aber ich wollte damit nur sagen die zwei leute von unten also ich sag mal alles der unteren hälfte der karte ist ja jetzt weg na guck mal da ist noch eine bedrohung bedrohung killen ist natürlich auch aber das ist ja schön und man weiß ständig wie die ist aber das wird natürlich der einer von denen sein ja ob der alleine ist ich dachte jetzt in diese zwei team ist es richtig stark ja ja wahrscheinlich jeweils oder dafür hier gleich raus halt hier nur mal gucken ich gucke ich weiß wo der schatz ist der ist da das ist die frage gehe ich dahin oder gehe ich raus welcher wenn er auf eins ist dann geht ja ich glaube auch die bedrohung geht hier den ausgang sieht so aus und ich glaube bedrohung ist der drop träger bedrohung wird der drop träger sein garantiert die frage der dreht nicht um wenn ich es gerne alter da noch einer 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 scheinbar also das kann ja was du musst das kann ja nicht sein der kann ja nicht bedrohung werden und da leben noch so viele gab es ein dreier team nee einer von denen könnte wenigstens noch sein mate sein der vielleicht noch weiter looted er muss er denkt sich vielleicht okay ich muss jetzt raus einfach mal die bedrohung geben ich glaube eher dass das fake id sind wo ist denn das schatzloch ich weiß dass es hier irgendwo ist aber ich weiß nicht genau wo ich glaube rechts von dir heute mal war da nicht gerade so ein loch vor dem bäumchen jetzt mal einmal links von mir ach nee da gehört so aus wenn man sieht man so ein bisschen diese fläche ist ja es könnte auch hinkommen weil da ist nämlich eine birke und normaler baum ja okay da ist nicht dieser typische untergrund wie gesagt da hätte ich ich habe halt gedacht die schleichen noch draußen rum das werden faker dies gewesen sein weil die sind alle nah am tresor gewesen und keiner hat den tresor geöffnet durch die bedrohung und sein mate werden den tresor abgeschimmelt haben ja mit dem faker dies kann man ja ich denke mal wenn ihr die jetzt so hinterher geschmissen kriegst dann werden die vielleicht auch öfter vorkommen 7300 punkte so und noch mal 6